tipptö 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 jo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge Far Cry New Dawn. Gute Bries. Ja, das mit der Ethanol Lieferung. Das gebe ich auf. Oh Gott, ich bin hier an einer Stelle gelandet, die ich überhaupt nicht gut finde. Und es soll hier irgendwo Ethanol geben, äh, hier diese Kisten geben. Leere Stationen. Können wir nochmal schnell abgrasen. Das wird ja wohl jetzt hier nicht unbedingt sehr schwer sein. Das war's. Und. Äh. Genau. Wir waren auf dem Weg zur New Eden. Ah, warte mal. Gut, da waren wir ja da. Was ist das? Das sieht auch interessant aus, dass es liegt Richtung Norden eigentlich. und diese ganzen Dinge hier in diesem Quad, was ich da auch immer mit anfangen soll. Ich weiß nicht, ob man hier rüberkommt vielleicht. Boah. Also es soll auf jeden Fall in dieser Richtung einen Weg geben. Auf jeden Fall ist schon mal der Fluss da. Hier ist auch irgendwas. Oder hier war irgendwas. Hier ist auch so ein Abbootshaus. Da, gucken wir mal, was hier ist. Das geht zum Plündern. Jawoll. Ah, gut. Aber das ist ja. Äh. Hier sind wir glaube ich mit diesem Flugzeug, Fahrzeug gestartet, ne? Mit diesem verrückten Ding. Ich dachte, da kommen wir nie an, weil der Level so hoch war. Aber das ging ja doch dann relativ unproblematisch. Nach dem zweiten Versuch zwar. Oder dritten. So nun bei. Aber es ging. Dann ist auch noch irgendwie irgendwas. Ah ja. Aber dann muss doch was sein. Schau der Hafen. Ah ja. Muss doch was sein. Hm. Schauen wir mal. So, jetzt müsst ihr noch das. Ah ja. Ne? Das wäre es jetzt. Das wäre jetzt schön gewesen. Oh, könnte hier verdammt nochmal so eine Kiste stehen. Da. Genau. Jetzt hab ich sie nicht beim Reingehen gesehen. Schau der Hafen. Fertig. Weiter geht's. Nehmen wir hier. Woye 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 Woyen Kanu. Oh, ich fahre so gerne Kanu. Kanu fahren. Kanu fahren. Schock. In real life. Sonst wenn man so einen schönen relativ schnell fließenden Fluss hat, wo man nicht selber paddeln muss, um voranzukommen, sondern nur paddeln und zu lenken. Ist mich nicht so anstrengend. Und dann sollte der Fluss noch einigermaßen viele Kuppen haben. Weil die Aldi, wenn er nicht so genug, wenn er nicht so genug, wenn er nicht so viel Kurven hat, dann ist er einfach nur gerade und gerade flüssig und irgendwie sehr boring. Ja. Sehr langweilig. Okay. Bäm. Taste gepressed. Das soll ein Boot sein. Das soll ein Boot sein. Dann gehen wir doch mal nach links. Das soll ein Boot sein. Nochmal irgendwie eine, keine Ahnung was. Was haben wir denn hier alles? Da war doch irgendwas. Irgendwas mit Presse. Nehmen. Eins fehlt noch. Und eins habe ich schon gefunden. Ist ja interessant. Ah da. Ist ja interessant. So wo ist das Boot? Da hinten. Ach du meine Güte. Was war das? Immer mitnehmen. Immer mitnehmen. Ja hier haben wir ja ein bisschen rumgetobt. Ich erinnere mich. Ziemlich reellos mit dem Boot. Ne%. Dasます ja. Keine Dinksebuchse. Keine Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat?" so jetzt fahren wir direkt auf diese insel zu obwohl ich da eigentlich gar nicht hin will da ist noch ein bug gewesen ich glaube die haben wir auch so gut abgegrast hier ist auch noch was also da kommt man auch noch hin jetzt gucken wir uns mal in die gasten zu machen ist ja eigentlich viele habe ich gehört ich habe mich auch verarbeitet auch mal mit leuten unterhalten so einige sagen halt dieses fahrgleich gibt dem ganzen mal einen namen der Prozent die 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 ach was kimmig auf Säckenspinne abknallen darf man gedeckt werden wie viele alarmtürmchen haben wir denn vor gerade sein und haben wir alle und dann kommt der ich war auf ins auge so ich habe vergessen was ich sagen wollte arbeitskollegen und die sagen irgendwie sie finden das langweilig diese ganze zeit immer stützpunkte einnehmen und so und ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen ich meine ich kann das schon nachvollziehen ist schon klar aber aber nein das schockt immer wieder sie haben tatsächlich nur ein alarmpunkt man sich das richtig eins der kleinen eins der geilen perks dimensionen kann ist übrigens dass man die leiche gleich klündern kann während man sie umbringt die leiche umbringt ich habe keine ahnung wo ich da rede aber es ist so hier ist niemand aber das sind doch keine sektenspinne oder doch richtig geil ist das natürlich wenn das ganze hier auch noch wenn das ganze auch noch scharf schützen also wenn das schafft jetzt ist es raus jetzt ist es raus jetzt habe ich es gesagt das wäre geil aber da muss ich mir noch ein bisschen geduld bewahren ein zettel los geschweißen irgendwas alle annahmen wir kommen wie lange sie mich nicht das war auch wenn ich dann irgendwie los werden will um die position zu wechseln wenn sie auch los ich glaube die wird mich sehen ich glaube die wird mich sehen oh Gott man man wie lange das mal dauert bis hier mal irgendwie ein start kommt das ist ein pack meine Freunde das soll so nicht sein Waffen die in den Boden klemmt gleich mit Weißfuhl so muss sie auf meine Steam Seile jawohl so an den Kohl sollte ich doch irgendwie vorbeikommen ich bin ja schon fast da aber der glatt ist doch wirklich die ganze Zeit nur in die Drogen kann ich nur woanders gucken Gott ist der blöd muss man doch sehen Spannend, Spannend, Spannend Oben steht er, wie komme ich da hin? da ist die Treppe habe ich überhaupt schon mal einen Posten irgendwie geschafft einzunehmen ohne dass mich irgendeiner gesehen hat ich kann mich da jetzt so nicht dran erinnern ich denke mal der steht auf und ich muss mich hin oh na aber das stimmt überhaupt nicht ich will dich noch mal her, wagen sind wir bereit zur Hölle ok was ziehe wir los tja das ist noch der coolste Move, der macht aber am meisten Sinn alles andere ist doch Kokolores so die kommen wir jetzt nach unten hin muss ja hin, wenn die Treppe runter sein das hier hin check die Treppe runter theoretisch wenn sie da durchs Fernglas kurz konzentrieren wenn sie durchs Fernglas guckt kann sie mich ja eigentlich nicht sehen wenn ich da lang laufe so da hinten ist noch ein Scharfschütze aber Theo, ne nein, das klappt nicht ich dachte wenn ich den Typen hier, der hier gerade mit dem Boot fährt wenn ich den auf der anderen Seite, also da mit zweit da er schütze könnte der Scharfschütze mich nicht hören aber ich glaube, das wird nichts ist jetzt nur noch der und dann der Typ da, der rumfährt also nur noch der Scharfschütze und der mit dem ja, ihr wisst was ich meine da komme ich gleich drauf nein, ich erinnere mich ich muss doch kurz naja, kommt dieses Geräusch woher kommt es denn? bleiben wir wahr ich kann doch nicht mal die Person hier nehmen okay, wir machen das ganz unauffällig das war so nicht gefahrt aber das ist die das ist das Gewehr was ich auch habe also von daher ist es sowieso was jetzt muss ich nur noch den Typen da äh, weg Hass waren oh Gott und dann ist er auch noch stehen geblieben ha Mr. Fuisi und dann ist er auch noch stehen geblieben das ist ein Nerz krass ja das ist doch schön 50 Ethanol das ist das Ethanol what ich brauche so aber diesmal mache ich nochmal ein bisschen looky looky highwayman Notiz ich weiß diese beschissene Nebelwand ist verdammt unheimlich aber behalte sie trotzdem im Auge verstanden soweit wir wissen kommen die Hippies immer aus dieser Richtung also seid auf der Hut und zielt zwischen die Augen wenn ihr sie seht dann wird alles gut ja drei Vorteilspunkte warte mal bam ich habe so auf die Tastatur geknallt dass mir sogar schon der Finger weh tut so irgendwas wollte ich irgendwas was ich habe elf Stück ich wollte irgendwas machen was mir vier Punkte gekostet hat hätte lade nach während du mit halbautomatischen feuer faustfeuer waffen oder scharfschützengewehren zielst also 5 ich glaube so ziemlich eins der unnützigsten perks aber ist egal ich trage eine vierte Waffe ich trage eine vierte Waffe ok selbst dafür brauche ich sieben Punkte aber wir ich finde wir kommen uns irgendwie also wir kommen wir kommen der ganzen Sache doch gut entgegen oder was soll man noch ein bisschen hier den Rund fliegen den haben schon die die haben schon die Piranhas geholt die anscheinend was haben wir denn sonst noch hier Highwayman Befehle tolle Arbeit beim Außenposten das mache ich ernst ich weiß sehr wohl dass keiner von euch hier sein will wegen den Spinnen aus dem Norden ich bin dann die Aasgeier boah ich kann irgendwie heute manchmal ist es echt schlimm die Aasgeier sollen weiter Schrott für die Schmiede sammeln der Rest von euch behält den Nebel im Auge und schlägt Alarm falls die Drecks Hippies auftauchen naja lesen konnte ich noch nie besonders gut ich meine ich verstehe es mal was da steht aber flüssiges lesen und so aber es ist besser geworden seitdem ich Let's Play kein Scheiß also wenn einer von euch irgendwie ja wenn einer irgendwie hört von euch so das bringt nichts das ist doch kacke dann sagt ihr der Digiheld der hat dadurch lesen gelernt sagt einfach ihr ich hab lesen gelernt dadurch vorher konnte ich gar nicht lesen dann hab ich die Werbung gesehen gibt die ich nicht auf lernt schießen und schreien und seitdem kann ich lesen so einfach mal ein bisschen übertreiben die Wahrheit einfach ausschmücken das ist ne alternative Wahrheit so ist das alternative Wahrheit eigentlich heißt das ja alternative Fakten ne so ich glaub das haben wir irgendwie geschafft ich geh mal runter setz mich aber diesmal auf das Wassergefährt also eins Wassergefährt Töter 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 ist das tief genug um nicht zu sterben auf den Jetski den wir vorher schon nie eingefallen da ist doch irgendwie das noch in den Fragezeichen das holen wir uns doch dann ist die Folge auch zu Ende jetzt haben dich die Zwillinge auf dem Schirm sorry die Highwaymen haben so eine Art Käfigkampf am Laufen um Leute vor Ort zu rekrutieren so ein Zwerg namens Irwin scheint der Ansprechpartner zu sein du kämpfst verdammt gut vielleicht solltest du dir die Hände schmutzig machen und sie infiltrieren ok klingt schon irgendwie interessant wenn ich bessere Waffen habe dann kann das mit den Plündern auch losgehen so ich mach hier noch den Tresor auf und übergebe dann diesen Tag an meine YouTube Konkurrenz ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Teil dann wieder und bis dahin Hoi Lo